ja servus liebe kinderautorer schön dass ihr heute wieder reinschaut heute wollen wir mit den kindern was retten nämlich lebensmittel bzw diese unglaublich leckeren verführerisch stufenden italienischen aprikosen da wäre es wirklich schade rum und das muss ich gleich erzählen laut einer wwf studie ist eine umweltschutzorganisation wirft man in deutschland jede sekunde 313 kilogramm genießbare lebensmittel weg pro sekunde werden deutschland 313 kilogramm genießbare lebensmittel weggeworfen 40 prozent davon von privathaushalten also von dir und mir sozusagen und es summiert sich im jahr auf über 18 millionen tonnen lebensmittel die in unserem land verschwendet werden nur zum vergleich 18 millionen tonnen lebensmittel die in deutschland weggeworfen werden jedes jahr und ein us-flugzeugträger der wiegt 103.000 tonnen 103.000 tonnen wiegt so flugzeugträger und 18 millionen tonnen lebensmittel werfen wir jedes jahr weg also stellst du mir das in relation mit flugzeugträger das vom gewicht her wären das wäre eine ganze armada und deswegen höchste zeit dass wir mit den kindern lebensmittel vor mülleimer retten hat auch was mit treibhausgasen zu tun also sie haben gelesen zur studie dass 48 millionen tonnen treibhausgase werden umsonst rausgepustet weil wir in unserem land so viel lebensmittel wegschmeißen und das jetzt ein gutes beispiel mit den aprikosen ich habe da einen obsthändler meines vertrauens in italienischen auf dem markt und da war völlig verzweifelt weil die die sind schon überreif also zwei drei tage dann werden die matschig dann werden die faulig und dann ist es keiner mehr und diese wirklich hervorragenden italienischen aprikosen landen dann im müll und das ist einfach schade drum also retten wir diese tollen aprikosen und machen aprikosen marmelade draus für die kinder ist es eine tolle sache die haben zeit zum schnippeln wenn da corona lockdown sitzen momentan alle zu hause weil viele kitas und schulen noch zu haben und dann könnt ihr euch marmelade selber erstellen und ihr wisst auch was drin ist nämlich nur geliertzucker und diese tollen aprikosen und ihr habt wirklich wirklich hervorragende südfrüchte vor der mülltonne gerettet und das ist doch auch was wert also alles was ihr braucht das ist ein topf das sind schraubgläser ich weiß wirklich sehr sehr akkurate hausfrauen bevor da was reinkommt werden die ausgespült heiß kommen wir dann in den heißen backofen rein geschenkt dann wie gesagt früchte wenn es geht also ich hab die wirklich zu einem absoluten schleuderpreis gekriegt das war fast schon sünde möchte ich sagen wie wenig ich dafür bezahlte für die aprikosen weil die einfach nur noch zwei drei tage länger halten sind und dann sind sie matschig und werden wegschmissen was schade ist und wenn sie solche schnäppchen machen könnt ihr nehmt es mit das hat nichts mit hamstern zu tun sondern dass sie wirklich sinnvoll mit hochwertigen lebensmitteln umgeht und an dieser stelle bevor ich meinen moralischen zeigefinger endgültig für heute einfahre denkt mal darüber nach was da arbeit drin steckt in so einer aprikose diese aprikosenbäumchen oder sparlierobst muss erst mal gepflanzt werden das muss bewässert werden das muss geschnitten werden es muss leute geben das von hand pflücken es ist unglaublich viel arbeit drin und dann wird das im endeffekt zu einem schleuderpreis rausgeschmissen also schade drum dann brauchen wir noch gelierzucker und der gelierzucker stellt uns auch vor eine gewisse rechenaufgabe es gibt dann nämlich eins zu eins das heißt für ein kilo gelierzucker ein kilo früchte zwei zu eins wie viel wie viel zucker wie viel früchte genau also zwei zu eins zwei kilo früchte ein kilo gelierzucker wir haben in dem fall 3 zu 1 das heißt drei kilo früchte ein kilo gelierzucker mehr muss man nicht wissen steht auch auf der verpackung drauf und wir brauchen natürlich noch ein messer wir fahren gleich mal an von der aprikose da aber wenn er drin ist so ein stiel entfernen dann bei der aprikose ist leicht da seht ihr gleich wo man reinschneiden müssen ihr seht selber wie es mein messer leicht da durchgeht das heißt diese früchte sind wirklich schon sehr reif auch ohne großkraft geht der kern raus das ganze vierteln rein und in einen topf damit das kriegen die kinder auch hin wieder dasselbe spiel erst einmal abschnippeln weg mit dem stil weg mit dem kern und das ganze einfach in ruhe vierteln und das ganze machen wir jetzt so bis der topf rappel voll ist so ich habe jetzt die aprikosen mit einem pürierstahl auch küchenmopped genannt hört es mir zu ich schalte das küchenmopped ein also mit dem küchenmopped zu deutsch pürierstahl pürieren wir jetzt ist der große moment da da gehen wir jetzt den gelierzucker hinein eine heiße sache und gut rühren jetzt gehen wir zur gelierprobe das heißt dann ganz einen kleinen klecks drauf erkalten lassen und dann sollte hier nichts mehr groß runter tropfen oder verrinnen oder klecksen ihr seht selber das ganze geliert richtig schön es wird heiß es wird kalt es wird fest perfekt wir können das ganze jetzt gleich abfüllen perfekt verlaufende gelierprobe aus wenn ich den teller auf den kopf stellen kann und es tropft nichts runter wir kommen jetzt zum abfüllen da brauchen wir eine schöpfkelle dazu wichtig ist nie das glas auf einmal voll machen jetzt mal den löffel raus so und los geht's nie auf einmal voll machen ungefähr zur hälfte abkühlen lassen dann holen wir uns das nächste glas abkühlen lassen so und jetzt nehmen wir das erste macht es immer drüber dann hat dann verliert es nicht so viel von der marmelade voll machen und deckel drauf und bitte nicht mit kaltem wasser abschritten sonst hat das ganze die wirkung von einer handgranate und splittert dass alles zu spät ist das müssen wir nicht machen so und fertig kurz am kopf stellen und dann haben wir es nicht euch sondern das glas oder ist es heiß und damit ihr wisst was in dem glas drin ist und wann ihr das mal die marmelade gemacht hat beschrifft es jetzt einfach es gibt jetzt diese aufkleber oder wie in meinem fall ihr nehmt so einen glas stift her und daran denken aprikose hat nichts mit app zu tun so und schon wissen wir wann wir dieses lecker diese leckere marmelade hergestellt haben ja liebe kinder autorer meine aprikosen sind verschwunden ich habe keine aprikosen mehr da sind meine aprikosen wieder lassen wir das mit dem Gesang also jetzt selber wir haben jetzt attraktive tolle schraubgläser thema schraubgläser nichts mit plastik dabei das heißt das mikroplastik das wir auch gerne über unseren körper aufnehmen dank unserer lebensmittelindustrie empfehle ich und ihr wisst wirklich was drin ist geliert zucker und 100 prozent früchte punkt könnt ihr toll verschenken könnt ihr schön selber aufbrauchen könnt ihr im urlaub mitnehmen oder auf auto abenteuer und habt ihr immer leckere selbstgemachte marmelade und was noch wichtiger ist ihr habt lebensmittel gerettet was will der mensch eigentlich mehr weitere tolle rezepte für euch und die kinder bastelideen was ihr draußen machen könnt schnitzeljagden bergtouren wenn wir wieder raus dürfen berghütten wo ihr mit den kindern nachden könnt kanutouren auch in städten und so weiter und so fort findet ihr auf kinderautor.de 24 stunden am tag und ihr dürft uns gerne liken ihr dürft auch gerne unseren youtube kanal abonnieren da freuen wir uns drüber und ihr seht jeden tag einen neuen tollen film von uns was ihr mit den kindern draußen oder drinnen unternehmen könnt in dem sinn macht es gut passt auf euch auf tiert euch servus euer oli